Um sich die Entwicklertools in diesem Bereich anzeigen zu lassen, sind nur wenige Schritte erforderlich. Wir gehen dazu einmal in den Bereich Datei, dann Optionen, dann Menüband anpassen und unter Menüband anpassen finden wir hier die Entwicklertools. Dort müssen wir einmal einen Haken setzen, wir bestätigen nun mit OK, unterhalten hier unsere Entwicklertools und können dann hier auf die entsprechenden Funktionen nun zugreifen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.